Mein Name ist Sandra Wolls. Wir helfen jungen Müttern, ihren Alltag zu meistern und unterstützen sie bei der Versorgung ihrer Kinder. Mir gefällt gut, dass hier Mädels in meinem Alter sind, ich bin 24, und dass dann eigentlich gezeigt wird, wie gehört die Mutterrolle, dass man selbstständig irgendwann mal ausziehen kann. Und die helfen auch mit Papierkram und so, dass man richtig selbstständig werden kann. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen für die Wochengewinner und die Hauptziehung. Mit den folgenden Endziffern haben Sie gewonnen. 3 3 3 9 7 0. 201 Gewinner erhalten 500 Euro. 14 Gewinner erhalten 59.225 Euro. Und 4 Gewinner bekommen 317.277 Euro. Eine Sofortrente von bis zu 5.000 Euro monatlich gewinnt es los mit den Endziffern 75 79 327. Und jetzt kommen wir zu den Gewinnern der Wochenziehung. Spaß, Spannung und Erholung für die ganze Familie. Ein aufregendes Wochenende in einem luxuriösen Erlebnishotel in Deutschlands größtem Freizeitpark gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 98 71 747. Einen BMW 1 16i gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 46 81 77 1. Maritim entspannen und zu zweit erholsame Stunden in Warnemünde an der Ostsee genießen. Eine einwöchige Reise in die Yachthafenresidenz Hohe Düne gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 0 3 83 737. Einem BMW 3 18i Limousine gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 30 12 785. Und 100.000 Euro gewinnt es los mit den Endziffern 92 76 932. Und kurz vor der Tagesschau geht's weiter.